Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. In diesem Video zeigen wir euch eine neue Videoreihe und zwar die ABC Kaninchen Challenge. In jedem dieser Videos stellen wir euch einen neuen Buchstaben vor, wie zum Beispiel in diesem Video A wie Auslauf. Für die nächste Folge könnt ihr euch natürlich auch schon mal einen Begriff, der mit B startet und mit der Kaninchenhaltung zu tun hat, ausdenken und in die Kommentare schreiben. Vielleicht nehmen wir dann euren Begriff. So und jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Kaninchen lieben es zu hoppeln, genauso wie Freudensprünge zu machen und einfach mit den anderen Kaninchen rumzuspielen. und außerdem hilft ihnen das, immer fit zu bleiben. Es sollten auf gar keinen Fall giftige Pflanzen, so wie zum Beispiel Efeu oder Fingerhut im Auslauf sein. Außerdem sollten dort auch keine spitzen oder scharfen Gegenstände liegen, wie Schrauben oder Scherben, da sich die Kaninchen darin verletzen können. Der Auslauf sollte auch an sich gesichert sein, also dass die Kaninchen nicht abhauen können. Was man aber machen sollte, wäre, dass man Versteckmöglichkeiten und Klettermöglichkeiten, um ein Kaninchen abwechselnd zu bieten, bauen sollte. Natürlich kann man auch das Gehege mal umstellen, aber da Kaninchen immer noch Gewohnheitstiere sind, sollte man das Ganze nicht zu oft machen. Wir stellen einmal im Monat das Gehege um. Außerdem empfehlen wir auch noch dieses Häuschen, was wir immer Villa nennen, weil die Kaninchen von allen Seiten geschützt sind und auch rausgucken können, damit sie das ganze Gehege im Überblick haben. Unsere Kaninchen haben einfach gelernt, die Treppe hochzugehen und liegen da oft auch, vor allem wenn es warm ist. So und hier habt ihr auch unseren Auslauf dann im Überblick gesehen. Und jetzt würde ich sagen, danke fürs Anschauen. Lasst gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, aktiviert auch gerne die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!